Ja, liebe Musikfreunde, Sonntag, der 15. September, man glaubt es ist schon Oktober, so kalt und regnerisch ist es geworden. Diese Woche sind wieder zwei Größen des Musikgeschäfts vor uns gegangen, bei uns in Europa, aber auch international bekannt, Katharina Valente, 92-jährig verstorben, hinterlässt sie ein großes Wirken, ein Schaffen wie keine andere. Der zweite ist Sergio Mendes, ein brasilianischer Pianist und Komponist, der mit seinen Gruppen Brasil 66 und Brasil 77 viele goldene und platinene Schallplatten, unzählig Millionen verkaufte Tonträger. Eines seiner bekanntesten Nummern werde ich heute interpretieren. Und Katharina Valente, nehme ich an, hat sich schon eine andere Dame aus dem süddeutschen Raum gekümmert. Darum spiele ich jetzt von Sergio Mendes Maschenada. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017